So ihr Lieben, wir haben heute Special Guests die ganze Woche. It's a woman's world quasi. Nummer 1 übernimmt Heike. Wir haben heute Ausfallschritte der besonderen Art. Ihr gleitet quasi nach hinten, benutzt immer nur ein Bein und beim Hochkommen zieht ihr das Knie an. Und arbeitet erstmal immer mit einem Bein. Im ersten Satz fünf Wiederholungen. Bevor ihr dann nach den fünf Wiederholungen das Bein wechselt und dann auf dem anderen Bein fünf Wiederholungen durchzieht. In der ersten Runde. Und dann macht ihr pro Runde fünf Wiederholungen mehr. Also fünf, zehn, fünf, zehn, zwanzig. Und so weiter. Bis ihr sagt, das wird mir too much. Und die zweite Übung geht dann direkt in die zweite Übung. Ich nenne es mal Superman Crunches. Ihr legt euch lang auf den Boden. Die Beine sind in der Luft. Die Schultern können jetzt abliegen. Und dann cruncht ihr hoch, hebt quasi die Schultern ab und zieht die Beine an. Jetzt Oberkörper ablegen, Beine bleiben oben und Run Crunch. Immer mit der Spitzenkontraktion. Sehr gut. Und das macht ihr bis zum Versagen. Und dann geht er wieder in die Ausfallschritte. Und bei den Ausfallschritten macht er dann, wie gesagt, fünf Wiederholungen mehr. Immer erst mal mit einem Bein, Knie schön anziehen. Und ich denke mal, fünf bis zehn Runden sind auf jeden Fall drin. Sportfrei. Viel Spaß. Und ich denke mal, fünf bis zehn Runden sind auf jeden Fall drin. Und ich denke mal, fünf bis zehn Runden sind auf jeden Fall drin. Und ich denke mal, fünf bis zehn Runden sind auf jeden Fall drin. Vielen Dank.